Hallo, willkommen zurück beim Lam Rim. Das Bild eben war Arya Sangha nicht vergessen. Der Typ hier mit dem Hund. Ich liebe das Bild. Wir tendieren dazu zu denken, dass Leute wie Arya Sangha ganz besonders attraktiv waren, aber du verbringst keine zwölf Jahre in einer Höhle und siehst aus wie irgendein attraktiver Lama. Ich meine, es ist schwer. Wahrscheinlich hatte er einen Mantel wie diesen. Und vergiss die Geschichte nicht, über die wir gesprochen haben während des Löwentanzes. Er hat zwölf Jahre in einer Höhle verbracht, völlig frustriert, dass er Maitreya nicht begegnen konnte. Und als er dann die Höhle verlassen hat und diesen sterbenden Hund auf der Straße getroffen hat, der wahrscheinlich von irgendeinem Wagen getroffen wurde. Niemand wollte dem Hund helfen außer ihm. Und dann ganz plötzlich, aufgrund von diesem Moment von Bodhichitta, hat er Maitreya gesehen. Und dann hat Maitreya ihm den Löwentanz beigebracht. Maitreya Senggye NAM GYIN PA'I, DIN GYEN DZIN NA SNYONG ZHIN NAS, TAN CHEN DEL CHUNG, NUG CHUNG NUR, NUG MIN THUNGS LA BTOGS PA BYAS. Das sind die besonderen, berühmten Verse, die Maitreya gelehrt hat. Okay, hier legen wir los. Wir sind beim Vorzug bzw. die zehn coolen Dinge, die dir passieren, wenn du Bodhichitta bekommst. Und hier ist Nummer acht. Wir beginnen mit Nummer acht. Das bedeutet, dass keine Hindernisse dich berühren können. Alle von uns, alle von euch in dieser Klasse, wenn ihr hier zu dieser Lam Rim-Klasse gekommen seid, dann seid ihr ernsthaft. Dann seid ihr eine ernsthafte Person. Irgendjemand hat mir mal erzählt, wir sollten uns... Ich weiß nicht den Namen. TikTok? Was ist die andere? Instagram. Wir sollten... Mach nicht zwei oder drei Minuten. Mehr schaffen die Menschen heute nicht, nur zwei bis drei Minuten. Nein, wir fragen dich, dass du zu zwölf oder fünfzehn Jahren Lam Rim zusagst. Also wenn du in dieser Klasse bist, bist du wahrscheinlich eine ernsthafte Person, wahrscheinlich eine sehr sich verpflichtende. Andernfalls hättest du keine zwölf, fünfzehn oder zwanzig Jahre Lam Rim geschafft. Wenn du also eine ernsthafte Person bist, ernsthaft versuchst, Menschen zu helfen, über eine längere Zeit hinaus, so wie Diamond Mountain. Wie viele Jahre existiert Diamond Mountain jetzt? So circa zwanzig. Und viele Leute hier im Raum, oder einige waren, sind bereits seit zwanzig Jahren hier. Es ist eine lange Arbeit und es gibt eine Menge Probleme. Es gibt einfach viele Probleme. Du kannst keine großen Sachen machen ohne Probleme, ohne Hindernisse. Und es ist irgendwie lustig. Alle von uns wollen große Sachen machen und dann bekommen wir Probleme und wir sagen, Ah, meine Praxis ist heute nicht gut. Ich habe ein Problem heute. Komm schon, du wirst Probleme haben bis zur Buddhaschaft. Du wirst Probleme haben. Du wirst unendlich viele Probleme haben. Je größer das Projekt, desto größer die Probleme. Also regt euch deswegen nicht auf. Ich erzähle euch was. Ich kann mich nicht daran erinnern, an den Namen heute Morgen. Heute Morgen konnte ich mich nicht an den Namen erinnern, der von einer Person, die uns vor fünf Jahren Schwierigkeiten bereitet hat. Und ich konnte mich einfach nicht erinnern. Ich meine, sie sind einfach weggegangen. Dinge sind passiert, Probleme sind gekommen, und dann hast du die Wahl. Entweder kannst du aufgeben oder du machst einfach weiter. Wenn du weiter gehst, dann hast du eine andere Wahl. Entweder bist du grummelig wegen den Problemen, oder du kannst sie auslachen, diese Probleme. Oh, schau, Patschi, wir haben versucht, das Ding bei Nicks Haus zu machen, und alles ist explodiert. Also, du könntest genauso gut Spaß haben. Und wenn du Bodhichitta hast, dann werden die Probleme sehr klein. Sie verkleinern sich schnell. Und du kannst Spaß haben, auch wenn du ziemlich ernsthafte Hindernisse und Probleme hast. Und dann, was passiert, wenn du Spaß hast, während du ein Problem hast, dann ist das Problem eigentlich nicht wirklich ein Problem. Okay? Also, weiter. Ich mag dieses Bild. Ich weiß nicht, dieses Bild ist eigentlich ein verstörendes Bild von einem Panzer. Es sind schreckliche Dinge. Das sind wirklich schreckliche Dinge, und Menschen benutzen sie weiterhin. Sie wurden erfunden für den Ersten Weltkrieg. 1916, 1917 wurden sie erfunden. Und damals hat das begonnen. Sie haben herausgefunden, wenn du eine metallene Kiste auf Rädern machst, kannst du Menschen töten, aber dich trotzdem wohlfühlen. Du kannst innen drin sitzen, und du kannst Leute erschießen, aber sie können dich nicht erschießen. Und du kannst einfach in die Armee der anderen hineinrollen und sie erschießen. Und die sind immer noch berühmt. Sie messen immer noch die Kraft, die Größe der Armee zum Beispiel. In Europa würden sie die Militärkraft des Landes über die Panzer messen. Und der Punkt hier ist, dass du in der Mitte sitzen kannst. Die ganze Welt um dich herum kann explodieren, und es fühlt sich nicht angenehm an, aber es ist nicht so schlimm. Du bist in einer metallenen Box, und du wirst beschützt. Und das ist, was Bodhichitta für dich macht. Bodhichitta ist wie, wenn du in einem Krieg im Panzer sitzt, und jeder explodiert und stirbst, und du hast wahrscheinlich einfach nur einen Kaffee oder so. Bodhichitta ist genauso wie dieser Panzer. Ich mag Panzer nicht. Ich denke, sie sind ein Symbol unseres... Aber die Idee, dass sie dich beschützen können, ist ein gutes Problem. Aber das Image, das Bild von einem Panzer kann dir helfen, Bodhichitta zu verstehen, dass es dich beschützen kann. Es gibt eine Art besonderes Karma. Das nennt sich Chakravartin. Das ist der wahre Welt, der König der Welt, der Präsident der Welt, weil du das Rad hast. Und das Rad ist ein Ufo mit einer ganzen Menge Soldaten da drin. Und um ein König der Welt zu werden, und da gibt es verschiedene Levels der Könige der Welt. Wenn du die ACI-Kurse genommen hast, weißt du das? Dann gibt es den Goldkönig, die haben überhaupt gar keine Konkurrenz. Die müssen keine Kampagne machen und die müssen niemandem drohen. Es gibt einfach keine Konkurrenz. Jeder möchte, dass sie der König der Welt sind. Das ist irgendeine Art von außergewöhnlichen Karma aus dem vergangenen Leben. Mein Lama Ken Rinpoche, ich erinnere mich, er wollte nicht der Abt unseres Klosters sein. Es ist einer der großen drei Klöstern in Tibet, aber er wollte nicht der Abt von einer sein. Er war zu beschäftigt und er wollte sich nicht mit der Arbeit beschäftigen. Also hat er alle vier Jahre, oder alle sechs Jahre, wenn sie gewählt haben während der Wahlen, hat er einen Brief geschrieben und hat immer gesagt, ich wähle diesen Job nicht, also wählt mich nicht. Und dann ist er 75 geworden, dann hat er gesagt, ich muss diesen Brief nicht mehr schreiben. Und dann haben sie ihn gewählt, weil er den Brief nicht gesendet hat. Und dann musste er das tun. Ich war da, als er die Wahl akzeptiert hat. Er musste sie akzeptieren. Er hat gesagt, ich akzeptiere die Position, wenn die Wähler, wenn 3000 Mönche, wenn es nicht einen einzigen Mönch gibt, der gegen mich wählt, dann werde ich die Position akzeptieren. Und ich sagte, oh, Rinpoche, das ist ein Kloster, das wird nie passieren. Und einer hat gesagt, ein einziger hat gesagt, er möchte nicht, dass Rinpoche abt wird. Natürlich war der Druck auf den einen ziemlich stark, und zum Schluss hat er dann seine Meinung geändert. Aber wieso ich davon spreche, ist, das ist das Karma eines Königs des Rades. Wenn du eine Wahl hast zum Präsidenten des Landes, werden die Wahlen 100% für dich stehen. Es ist ähnlich wie damals als Rinpoche, der Abt des Klosters Saramay, geworden ist. Also, sie haben dieses Karma, dass kraftvolle, mächtige Wesen im Universum wollen, sie zu beschützen. Sie beschützen wollen. Und hier haben wir ein Bild. Ich mag das Bild. Das ist ein wirkliches Bodyguard-Bild, ein Beschützerbild. Sie sollten eigentlich so ein geheimer Service sein, ein secret Service, aber du kannst sie natürlich sofort erkennen, wegen den Sonnenbrillen und diesem Ding im Ohr. Also, wenn du wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit haben möchtest, Tim von Mädels, dann hol dir einfach die Sonnenbrille und tu dir das Ding ins Ohr und lauf rum. Und jeder wird denken, du bist irgendein hoher James Bond Typ oder sowas. Das Karma einer Person, die starkes, starkes Karma hat aus dem vorherigen Leben und zum Beispiel in einem Land geboren wird, in dem niemand Hunger leiden muss zum ersten Mal in der Zeit der Geschichte, ist es die Natur der Dinge, dass machtvolle Wesen ihre Bodyguards sein möchten. Und sie sind die ganze Zeit um dich herum. Sie beschützen dich die ganze Zeit. Wenn du das Karma hast, zum Beispiel zu Diamond Mountain kommst, wenn du das Karma hast, Diamond Mountain in diesem Leben zu erreichen, dann hast du diese Wesen bereits um dich herum. Du siehst sie nicht, aber es gibt Wesen um dich herum, die Probleme von dir fernhalten. Jetzt schon. Und du weißt es niemals. Aber es gibt jetzt schon mächtige Wesen, die dich beschützen. Und sie sind nicht unbedingt Buddhisten. Sie können Buddhisten sein, aber manchmal sind sie einfach nur interessierte Bodyguardwesen. Und er zählt sich hier auf, also Könige der Welt, sie haben diese Beschützer um dich herum. Sie halten Probleme von dir fern. Die Probleme, von denen du nie wusstest, dass du sie eigentlich hättest. Und da gibt es eine Menge. Und diese Leute haben sie von dir vorn gehalten. Wenn du zum Beispiel einen Dreijahresretreat in Diamond Mountain gemacht hast, da hast du eine ganze Menge Leute um dich herum. Und er sagt hier, wenn du Bodhichitta bekommst, bekommst du doppelten Dienst. Das Office, das diese Bodyguards bestellt, du würdest zweimal so viel bekommen wie dieser Weltkönig, der bereits tausende von unsichtbaren Bodyguards hat. Bodhisattvas bekommen doppelt so viele. Du hast 2000 unsichtbare Bodyguards um dich herum, die sich um dich kümmern. Wenn du Bodhichitta hast, wenn du versucht hast, diese Vision zu bekommen, gibt es unsichtbare Wesen, mächtige, die die Probleme von dir fernhalten. Und das weißt du nie, denn diese Probleme werden dich nie erreichen. Das sind Probleme, die niemals geschehen sind, die eigentlich hätten geschehen sollen. NYID GYUR bedeutet 100% mehr, also doppelt. NYID GYUR bedeutet 100% mehr, also doppelt. NYID TAN KUNG DU Tag und Nacht passen sie auf dich auf, haben sie Dienst. NYID TSUNGS WRAG GYUR WAY, NYID GYUR BA GYUR BAG, NYID PA DANG, Sie halten Probleme von deinem Leben fern. NYID GYUR BAG, Sie sorgen dafür, dass böse Geister dich nicht erreichen. NYID GYUR BAG, Sie stoppen Hindernisse und Probleme von deinem Leben. Sie blockieren sie, und du wusstest nicht mal, dass du sie eigentlich hättest haben sollen, wenn du Bodhichitta hast. NAMS DI MED NA THA DA GANG SO NGA ROL SO GYI DE NAM DEN DRANG KYANG BYUN MI BYUNG NGED PA MED Wenn du kein Bodhichitta hast und du GANG SO machst, das ist wie Sojong, aber es hat zwei Teile, GANG und So. GANG bedeutet, neues gutes Karma anzusammeln und Song bedeutet, altes, schlechtes Karma zu lösen. Und es ist ähnlich wie der Sojong, aber es ist viel zu lösen. Es ist viel Kraftverlass, es ist wie ein tantrisches Sojong. Viele der Colleges eines großen Klosters, wie Sarah May, würden diese Kangsongs machen, einmal im Monat. Die wurden besonders für das Kloster geschrieben. Und das sind ganz besondere Beschützerwesen. Das ist nicht dieses böse Beschützerwesen, über das im Augenblick darüber gesprochen wurde. Aber es ist ein Beschützerwesen, wo jeder das auch als ein gutes Beschützerwesen wahrnimmt. Er sagt, du kannst all die Leute aus deinem College zusammensammeln, du kannst all diese großen Trommeln schlagen und du kannst die Beschützer rufen zu deinem monatlichen tantrischen Sojong. Und sie werden nicht kommen, wenn du kein Bodhichitta hast. Sie werden nicht kommen. JIN MI JIN NGED PA ME bedeutet, wir wissen nicht, ob sie kommen werden oder nicht. Wenn die Leute, die die Sojong-Zeremonie machen, diese Reinigungszeremonie, kein Bodhichitta haben, kannst du auf die Trommeln schlagen oder die Glocken klingeln und die Mantras machen. Aber es gibt keine Garantie, dass irgendjemand kommen wird, um dir zu helfen. Die Beschützer könnten zuhören oder auch nicht. Die guten Beschützer. SEMS DI SKYES NA GYAL PO NAM TU SES SO GYAL CHEN DE SHI CHEN MA DRANG KYANG Aber wenn du Bodhichitta hast, dann werden sogar die höchsten der Beschützer... Hier ist das Beispiel die vier großen Könige, wie zum Beispiel bei Shravana, die sehr mächtige buddhistische Beschützer sind. SEMS KYANG TAN SHIN DU SUNG KYOB BYAS Sie werden kommen, um dich zu beschützen, als wenn sie deine Angestellten wären. Als würdest du sagen, hey, hallo, wo ist mein Kaffee? Und die sagen, ja, hier, bitte sehr. Diese großen, gefährlichen Beschützer werden wie deine Angestellten. Hey, hey, du kannst sagen, hey, wo ist... Keine Ahnung. Wieso hier... Was ist heute mit dem Verkehr im Morgen? Was macht ihr Leute? Und die sagen, oh, entschuldige, wir müssen hier den Verkehr auf der Straße hier lösen, zum Beispiel auf dem Weg nach Tucson. Also das ist deren Arbeit. Sie sind so wie auf deinem Ruf, kommen sie sofort. Ich mag es gerne sagen, ich habe gedacht, heutzutage versuchen wir, den Medizin Buddha zu praktizieren. Viele Leute versuchen das hier zu praktizieren, wie in einem Team versuchen wir den Medizin Buddha zu machen. Und es sind da zwölf Yaksha-Generäle, sehr mächtige Beschützer, militär, Dharma-Militär-Generäle, die uns helfen sollen. Und du kannst hier für diese zwölf anwenden, das, was wir hier machen. Wenn deine Motivation für die Medizin Buddha-Praxis ist, anderen zu helfen, dann werden die zwölf, diese Geister-Generäle kommen, um dir zu helfen. Und sie werden dir helfen, deine Projekte zu erreichen, wie zum Beispiel Stupas zu bauen. Aber wenn du keinen Bodhichitta hast, und du sie rufst mit einem Mantra, vielleicht werden sie nicht kommen. Es gibt keine Garantie, dass sie kommen werden. Weil es gibt diese seltsame Sache, die sagen, Leute mit Bodhichitta riechen gut für sie. Was bedeutet das, wenn du keinen Bodhichitta hast, riechst du für sie vielleicht, als wenn es du seit so einem Tag hast, zwei Wochen kein Bad genommen hast? Irgendwie sowas. Sie fühlen sich hingezogen. Die zwölf Yakshas fühlen sich hingezogen zu Menschen, die diesen Duft von Bodhichitta tragen. Und dann kommen sie. Auch wenn du sie nicht fragst, zu kommen, dann kommen sie trotzdem. Oder wenn du sie bittest, zu kommen, obwohl du dich nicht um andere kümmerst, dann sagen sie, riechst nicht gut, vielleicht komme ich morgen. Okay. Ich habe diese Idee, ich habe dieses Bild, es ist ein Feuermelder. Vor vielen Jahren, ich denke, die Leute, die in der ersten ACI-Klasse waren in New York, ich hatte damals die Idee einer unehrlichen Person, wie nennt man das, einer zynischen Person, einer unglücklichen Person, die Geld machen wollte. Also hat sie eine Firma gegründet, und sie hat Feuermelder verkauft, von denen sie wusste, dass sie nicht funktionieren. Also versuch dir etwas Gemeineres oder Zynischeres vorzustellen, als Geld machen zu wollen, indem du Feuermelder verkaufst, von denen du weißt, dass sie nicht funktionieren. Also du weißt, dass irgendjemand sterben wird aufgrund dessen, was du tust, weil es nicht funktioniert, und du weißt, dass es nicht funktioniert. Du weißt, dass es nicht funktioniert. Ich denke, der Punkt hier ist, Praktiken zu tun, buddhistische Praktiken zu tun, ohne Bodhichitta, und sie anderen Menschen beizubringen, ist wie Feuermelder zu verkaufen, die nicht funktionieren könnten. Feuermelder, die nicht funktionieren könnten. Also wird jemand verletzt werden, jemandem ein Ritual beizubringen, oder ein Mantra, und einer anderen Person nicht Lam Rim beizubringen, oder nicht Bodhichitta beizubringen. Ist es, als würdest du jemandem einen Feuermelder geben, der nicht funktioniert, oder der nicht funktionieren könnte. Und wenn er nicht funktioniert, dann wird natürlich jemand verletzt werden. Und das ist das, worüber sie hier sprechen. Also was ist eine sichere Sache, um zu tun, damit es funktioniert? Sei einfach nett zu anderen. Mach deine Praxis für andere. Wenn du deine Praxis tust für andere Menschen, das bedeutet nicht, dass du die Praxis auch für dich machst. Wenn du sagst, alle Lebewesen, dann rate mal, wer davon einer ist. Menschen vergessen das, das ist so lustig. Ich mache das für alle Lebewesen, außer mich selbst. Wieso nicht für dich auch? Du bist auch ein Lebewesen. Also vergiss das nicht. Wenn du praktizierst, Bodhichitta praktizierst, für alle Lebewesen. Mein Lama sagte, du bist auch einer von ihnen. Du kannst auch Gebete für dich selbst machen. Das ist okay. Du bist auch ein leidendes Wesen. Wir lassen dich nicht aus oder so. Das wäre so lustig, seltsam. Du musst auch dich selbst lieben. Du verdienst es, geliebt zu werden, weil du auch ein leidendes Wesen bist. Du musst nicht liebevoll sein. Du könntest auch unliebevoll sein. Ich liebe dieses Sutra jedes Mal, wenn wir ein Zitat hier haben. Es ist so schön. Dieses hier nennt sich das Haus im Juwelenwald. Das Haus im Zirkel von Bäumen, die gemacht sind von Rubinen und Saphiren. Das ist der Name dieses Sutras. Und es ist ein langer... Es ist ein arg langer Satz. Aber was er bedeutet ist, im alten Indien waren... Wie nennt man das? Du tust Dinge in eine kleine Tasche und du trägst es um deinen Hals herum. Und dann gibt es bestimmte Krankheiten, die du nicht bekommen kannst. Heutzutage heißt es eine Impfung. Früher hast du dann das in eine Tasche getan mit den Kräutern. Das würde dich vor bestimmten Krankheiten beschützen. Und da gibt es eine Liste von ihnen in den Sutras. Was also eins davon ist, nennt sich NAM PAR MIG DU BA'I TSIS, es bedeutet Kein leidendes Kräutertasche. Und wenn du das trägst, dann gibt es bestimmte Probleme und Krankheiten, die du nicht bekommen kannst, wenn du dieses Medizintäschchen um deinen Hals trägst. Dann gibt es noch ein anderes, das nennt sich der König von allen Elixieren. Und wenn du das hier in eine Medizintasche um deinen Nacken trägst, wirst du niemals auf eine Klapperschlange in Diamond Mountain treten. Die mögen das nicht. Wenn du in die Nähe kommst, gehen die Klapperschlangen weg. Es gibt irgendeine Art von Geruch von dieser Tasche und das sollten wir mal finden. BZI GYAL PO GZHAN GYI MI TU PA Und dann gibt es noch eine, die nennt sich der König der Medizintaschen. Unschlagbar. Wenn du das hier um deinen Nacken bindest, können Menschen dich niemals ausnutzen. Das sind so verschiedene Kräutertaschen um deinen Nacken. Wieso spricht er darüber? Ja, du willst eine ultimative Kräutertasche, mach Habe Bodhicitta. Das löst alle deine Probleme. Das ist der Gedanke dahinter. Die alten Sudren sprechen über besondere Kräuter, die du in ein Täschchen tun kannst und um deinen Nacken tragen, um deinen Hals. Und bestimmte schlechte Dinge werden dir nicht passieren, wie zum Beispiel der Biss einer Klapperschlange. Aber wieso nicht einfach Bodhicitta haben und das um deinen Nacken binden? Und dann kann dir gar nichts passieren. Und das ist ein anderer Vorzug von Bodhicitta. Du wirst nicht schwängerbar. Ich habe hier ein Bild. Ist das nicht eine coole Idee, dass wenn du eine bestimmte Art von Motivation hast, von einem Planeten zum anderen zu hüpfen, dann wäre es wie die Covid-Impfung. Und du würdest nie bestimmte Probleme bekommen. Sie können dir einfach nicht passieren. Heutzutage bekommen einige von uns die Impfung. Ich war in meinem Haus für ein Jahr. Ich bin nirgendwo hingegangen. Wenn ich etwas gebraucht habe aus irgendeinem Laden, dann brauchte ich irgendetwas für meinen Garten, zum Beispiel. Dann habe ich sie angerufen und habe gefragt, ey, bring dir auch nach Hause. Ja, was brauchst du? Bring mir einen Springer für den Garten. Und ich sagte, könnt ihr das liefern? Ja, es kostet 100 Dollar, um es zu liefern, obwohl der Springer nur 10 Dollar kostet. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich bekomme das. Verdammt, da habe ich gesagt, ich könnte loslegen und mit meinem Auto das kaufen und fahren, aber ich möchte nicht sterben. Na klar, zahle ich die 100 Dollar, damit sie es liefern. Und dann geben sie dir eine Art Impfung. Und es ist so cool, denn jetzt können wir in Cafés gehen. Ich war in San Diego, ich war an einem schönen Strand, da habe ich eine Woche gesurft. Jeden Morgen habe ich diese Waffeln da gekauft. Und ich habe gesagt, super. Und das ist eine Impfung. Also, Bodhichitta ist die ultimative Impfung. Du musst keine Maske tragen, wenn du Bodhichitta hast. Ich meine, du solltest immer noch eine Maske tragen. Du solltest eine Maske tragen. Ich habe hier meine Maske irgendwo liegen, aber du solltest sie tragen. Ich habe wirklich hier eine. Hier ist meine Maske. Aber ich trage sie immer noch. Aber was ich sage, ist, wenn du eine echte Impfung bekommst, die Bodhichitta heißt, dann musst du dich nicht um andere Dinge kümmern. Ich sage nicht, dass du keine Maske tragen solltest. Ich sage auch nicht, du solltest keine Impfung bekommen, aber ich sage, wenn du Bodhichitta hast, dann wird deine Maske funktionieren. Und deine Impfung wird auch funktionieren, die du immer noch trotzdem hast. Bekommen solltest oder tragen solltest. Okay, ich bin losgegangen und habe dieses Zitat vom Sutra gefunden. Und wenn du interessiert bist, dann gebe ich es euch eines Tages, und es ist lang und langweilig, und wir wissen sowieso nicht, was in diesem Täschchen ist. Aber jetzt werden sie über Geshe sprechen. Ich hatte so einen Lehrer, der nennt ihn sich Geshe. Das war ein Kadampa Geshe von vor 1000 Jahren. Geshe Kalumba. Er hat meditiert. Er hat über Bodhichitta meditiert, in den Bergen an einem Ort, in einem Staat, der hieß Pembo. Und da kommen einige coole Lamas her. Da hatte ich einige Lehrer. YOD DE MI MA YIN NAM GYI Dann waren dort einige böse Geister, die dort zu dem Zeitpunkt gelebt haben. So wie sie hier früher in Diamond Mountain hatten, so negative Geister. Wahrscheinlich Menschen, die hier gestorben sind und immer noch darüber verärgert waren. Er hat über Bodhichitta meditiert in seiner Retreat-Hütte. Und die Retreat-Hütte wurde von negativen Geistern umrundet. Und sie haben gesagt, lass uns diesen Typen das Retreat ruinieren. Zum Beispiel einen Wasserrohrbruch, gerade wenn er seinen Retreat angefangen hat. Wenn du jemals versuchst, einen Retreat zu machen, gibt es Millionen von Dingen, die... Eines Tages habe ich einen Retreat gemacht, und da kam eine Zikadenplage. Tausende von Grashüpfern um die Hütte herum und die haben ein-ein-ein gemacht. Und dann sind sie weggeflogen, und später habe ich herausgefunden, dass eine Faulen-Farm in der Nähe war. Und die haben... Also wenn du versuchst, einen Retreat zu machen, pass auf, dass du die Dinge nicht um dich erhoben hast. Wieso sprechen wir darüber? Dieser Gesche wollte einen Retreat machen, und diese Dämonen haben gesagt, diese schlechten Geister haben gesagt, lass uns seinen Retreat ruinieren. Und einer von denen hat gesagt, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Was ist das Problem? Was stoppt uns? Und einer hat gesagt, er liebt uns mehr als sich selbst. Er kümmert sich mehr um uns als über sich selbst. Wir können ihn nicht berühren. Wir können ihn nicht berühren. Das ist so cool. Lass uns seinen Retreat ruinieren. Ja, es funktioniert nicht. Wieso? Er liebt uns mehr als sich selbst. Wir versuchen ihn zu verletzen, aber es funktioniert nicht. Er liebt uns so sehr. Leute fragen mich immer. Nebenbei, viele aus unserer Gruppe haben versucht Retreats zu machen, zum Beispiel Medizin-Buddha-Retreats, und du hast immer Probleme. Du bekommst immer Probleme. Probleme kommen im Retreat. Und ich denke, nicht wenige von uns glauben, dass sie diese Geister gesehen haben, während sie den Retreat gemacht haben. Das ist für mich zweimal in meinem Leben passiert. Und ich denke, ich habe diese Geister gesehen. Und Menschen fragen mich, was soll ich tun? Ich habe einen Geist in meinem Leben. in meiner Retreat-Kabine. Einer, den ich gesehen habe, hat ausgesehen wie ein guter Freund von mir. Und ein anderer, den ich gesehen habe, sah aus wie schwarze Tinte zwischen Wand und Decke so ein bisschen rumgeflogen sind und haben meinen Retreat gestört. Also, Menschen fragen mich, glaubst du an diese Geister? Und ich sage, ja, ich bin nicht damit aufgewachsen in einem Land. wo meine Eltern über diese Geister gesprochen haben. Wir dachten, das ist der Aberglaube. Also, bin ich nicht aufgewachsen, in dieser Art von Geister zu glauben. Aber ich habe sie, ich bin ihnen begegnet einige Male. Und dann habe ich meinen Lehrer gefragt, was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie bekomme ich sie aus meiner Retreat-Hütte raus? Und er sagte, liebe sie. Sie halten können das nicht aushalten. Lieb sie einfach. Freunde dich mit ihnen an. Kümmer dich um sie. Unterstütze sie. Willkommen, böse Geister, in meiner Retreat-Hütte. Vielleicht möchtet ihr ein paar Thomas. Seid ihr vielleicht hungrig? Ignorieren euch Menschen vielleicht? Das Frustrierendste für böse Geister ist, wenn Menschen nicht glauben, dass sie existieren. Sie sagen, ja, wir sind hier. Soll ich das beweisen? Also, wie können wir damit umgehen mit beinahe übernatürlichen Hindernissen? Das sind auch lebendige Wesen. Das sind auch Leute. Und sie brauchen auch Liebe. Und sie reagieren auf Liebe. Jeder reagiert auf Liebe. Also liebe sie. Und sag ihnen, du liebst sie. Und zeig ihnen, dass du sie liebst. Pflück ein paar Blumen für sie. Tue sie auf den Altar. Dies ist für euch Leute, nicht für die Buddhas. Und das ist, was du mit ihnen machen sollst, wenn du Probleme mit ihnen hast. ZEN GZHI KUR RANG Nebenbei, hier in der Schrift, im Lam Rim, dieser Geshe Kam Lumba ist, die Dämonen, die Geister, versuchen, einen schlechten Namen für ihn auszudenken. Und sie sagen, er ist einfach wie DAK TUM LUM der Bodhisattva, der nicht aufhören kann zu weinen. Und hier kommt der Bodhisattva wieder. Deswegen musst du ein Freiwilliger werden für ACI, denn du musst die Geschichte hören über den Bodhisattva. Also diese Dämonen wollen ihm negative Spitznamen geben. Ah, du bist genauso wie der Typ, der nicht aufhören könnte zu weinen. Du bist ganz schön doof. Das ist die größte Beleidigung, die Sie sich ausdenken können. Das ist genauso wie der Bodhisattva aus den 8000 Versen. ZHIN DU PA'I NUS PA SKYAL MI PA Wir können ihn nicht verletzen. Alles, was wir versuchen zu tun, um ihn zu verletzen, funktioniert nicht. CHE MED TSUL MED TSUL bedeutet, unser Lama hat uns beigebracht, wie er das gemacht hat. Also du wirst oft sehen, diesen unvergleichlichen Trijan Rinpoche, der dieses Sanskrit schreibt, der einen berichtet, was sein Lama gesagt hat. Und es gibt auch diesen Präzedenzfall, wie Lord Buddha mit Hindernissen umgehen mussten, die ihm geschehen sind. Insbesondere die berühmten Geschehen in dem Moment seiner Erleuchtung. Was ist die Geschichte? Sie haben Speere und Pfeile auf ihn geschossen und geworfen. Und seine Liebe für sie hat die Speere in Blumen verwandelt, in der Mitte der Luft. Ich meine, es dauert nicht sehr lange, bis ein Pfeil von mir zu Kadding schießt. Aber stell dir vor, in der Mitte des Weges verwandelt es sich in eine Blume, also ich schieße einen Pfeil auf sie, und eine Blume kommt dann an, eine große Blume, eine Rose. Also es gibt diesen Präzedenzfall von Lord Buddha, wie er reagiert hat auf böse Geister. Irgendwie hat er sie so sehr tief geliebt, dass ihre Waffen zu Blumen wurden. Und ich denke, wenn du es versuchst, mit Menschen in deinem Leben, die dir Probleme verursachen, wirst du die gleiche Erfahrung haben. Wenn du versuchst, sie zu lieben, was ist die beste Möglichkeit, mit einer irritierenden Person in deinem Leben umzugehen? Es ist, sie zu lieben. Und dann werden sich die Geister verwandeln in Blumen. Was ist die beste Möglichkeit, mit einer Person umzugehen, die dich irritiert? Es ist, sie zu lieben. Und nebenbei, das bedeutet nicht, du kannst sie nicht disziplinieren, oder vielleicht sie, in Anführungszeichen, schlagen, wenn sie sich schlecht verhalten, aber mit Liebe. Du musst sie lieben. Dann gibt es die Geschichte über einen tibetischen König, der, weil er so viel Liebe hatte für jeden, all die negativen Geister in seinem Land konnten Menschen nicht verletzen. Der König war ein so gutes Beispiel davon, Menschen zu lieben, die ihm Probleme verursacht haben, dass, wenn die Dämonen versucht haben, das Land zu verletzen, zu zerstören, zum Beispiel die wirtschaftliche Lage des Landes, dann konnte das nicht verletzt werden. Wie heißt dieser Typ, der geholfen hat, dieses Buch zu schreiben, die Kirchen von England, oder so? Es ist ein außergewöhnliches Buch. Viele solche ähnlichen Bücher wurden von Shakespeare geschrieben. Es gab einen Witz, wenn du für den Rest deines Lebens gefüttert werden möchtest, werde zu seinem Feind, denn er wird sich für den Rest deines Lebens kümmern. Es war eine sehr wunderschöne Geschichte. Dieser Bischof war so liebevoll seinen Feinden gegenüber, dass die Art, wie man eine lebenslange Fürsorge bekommen kann, war, ihn zu ärgern. Dann hat er sich für den Rest des Lebens um dich gekümmert. Das ist die beste Weise, sich um Menschen zu kümmern. Tim, wann soll ich aufhören? Ja, fünf Minuten vor der Zeit. Und dann haben wir eine besondere Person, Frage von der Person, die gestern die Lotterie gewonnen hat. Und dann haben wir noch eine weitere Lotterie für morgen. Jetzt haben wir noch Zeit, die letzte Geistergeschichte zu erzählen. Tibet hat viele dieser lokalen Geister in den mysteriösen Bergen, noch bevor der Buddhismus kam. Nachdem Buddhismus kam, wurden diese Geister zu buddhistischen Beschützern. Einer dieser Typen war jemand PH oder so, PH. Und dieser Geist kam zu Bhutan Rinpoche. Bhutan Rinpoche lebte kurz vor Nanjitzenkapa und er ist berühmt für ... Er hat eine Geschichte von Buddhismus geschrieben, sehr berühmt. Und er hat die Kangyur und Tenkyur organisiert, 4600 Bücher aus dem alten Indien, hat die Übersetzungen bekommen und hat sie in die derzeitige Form gebracht. Und dann gab es noch einen anderen Lama, Sunam Gyaltsam, während der gleichen Periode, kurz bevor Tsongkapa. Und dieser Geist, dieser Dämon, hat ihm ein Bambus, einen Bambusstiel angeboten. Das wurde später zu einem Stift. Und dieser Geist hat ... Wieso würde dieser Dämon zwei berühmten Lamas einen Stift anbieten? Ja, genau. Es ist wie, als würden sie eben einen Computer geben. Ach so, dadurch hat er versucht, ihre Meditationspraxis zu stören, zum Beispiel, dass sie eher Bücher schreiben als zu meditieren. Und dieser Dämon hat gewonnen. Er war in der Lage, diesen Stift, heutzutage wäre es ein Computer, diesen beiden Lamas anzubieten. Aber ... Ngu chu. Ngu chu bedeutet Quicksilver. Das sind zwei berühmte Lamas in der Vajrayogini-Linie. Aber es ist auch der Name eines Ortes, Quicksilver, auf Deutsch weiß ich nicht. Es gab noch einen anderen Bodhisattva aus dem gleichen Quicksilver-Region, Quicksilver ist das auf Deutsch. Und als die Dämonen zu ihm gekommen sind, um ihm einen Computer anzubieten, ist es andauernd kaputt gegangen, oder er hat diesen Computer verloren. Wieso? Sein Bodhichitta hat ihn beschützt vor diesen Ablenkungen. Wahrscheinlich würde er versuchen, ein iPhone zu kaufen, und es wäre die ganze Zeit kaputt. Und dann hätte er meditieren müssen, bis er seine Erkenntnisse hatte. Also er hatte die Kraft von Bodhichitta, die Menschen abgehalten hat, ihn abzulenken, diese Dämonen, die versucht haben, ihn abzulenken. Also der Punkt ist, und hier haben wir ein Bild, Pau. Meinst du das Bild? Nein, nein, ich habe eins vorher noch. Ja, wie man das Leben eines Kindes ruinieren kann, gib ihm ein iPad. Wie man ein Kind ruinieren kann und es dazu bringen kann, die ganze Natur zum Beispiel zu ignorieren, kannst du ihm ein kleines Stück Glas geben, in dem sie ihr ganzes Leben verbringen, anstatt die Welt zu genießen. Also du kannst das gleiche mit Kindern machen. Gib ihm ein kleines Stück Glas, wo sie Bilder sehen können von Rehen und Bäumen und Wolken, aber sie erleben das nicht wirklich, nur die Bilder. Also wie auch immer, du kannst dich davor beschützen vor diesen negativen Einflussen, einschließlich zu viel Computer. Einige Computerprojekte sind sehr hilfreich, wie zum Beispiel John Bradys Computerprojekt, aber zu viel davon können Hindernisse hervorrufen. Und wenn du Liebe hast, werden diese Hindernisse nicht in deinem Leben erscheinen. Das ist die Team.